Wir sind schon wieder ein Tag weiter. Und damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute sind wir bei Tag Nummer 7. Denn daher steht weiter Zimmerumbau, der nächste Schritt geht voran und daher steht ich an meinen Schreibtisch an den Kradern. Daher, ich habe soweit alles schon vorbereitet. Ich muss nur noch die ganzen Sachen, manche einscannen oder einfach ein Foto machen und dann können die weg. Und ja, dann soweit wir alles aufräumen oder alles weg soweit, sodass dann am Ende des Tages einfach nichts mehr übrig ist. Sodass dann am mordlichen Kader, dann glaube ich schon, hier die Rettalle stehen könnten. Nee, dann muss erstmal der PC um den Runden werden und die Flaschen müssen dann weggebracht werden. Aber nächste Woche auf jeden Fall, ja, mal schauen. Ja, dann sage ich, let's go. Und natürlich alles, was ich noch brauche, lasse ich erstmal noch hier. Ich tue jetzt alles, was ich jetzt nicht mehr betauft wird. Ich tue jetzt alles. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some, we won't go until we get some. We won't go until we get some, so bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ne, Leute, ich sag mal so, wir haben jetzt soweit echt geschafft. Ich muss dann nur noch umgestellt werden, das seht ihr dann, ja, kommenden Videos, ähm, ich werd dann noch ein bisschen was umräumen, aber das kann ich erst dann machen, wenn ihr auch ein bisschen, äh, auf der anderen Seite, und dann halt, ey, erstmal, wir sind ja erstmal fertig. Vielleicht, vielleicht beende ich das Video heute noch nicht, aber.